Eine Augenlis-Operation ist bereits ein Tag nach der Voruntersuchung möglich. Jedoch sind wir zu einer 24-stündigen Bedenkszeit verpflichtet. Sie sollten zumindest eine Nacht drüber schlafen. Danach geht es nur um die optimale Terminfindung, wann es für Sie am besten passt und wann wir Ihnen auch diese Operation anbieten können. Sie müssen bedenken, dass Sie natürlich auch Ihren Alltag organisieren müssen und dann auch die Phase danach, dass Sie ausreichend Zeit organisieren, um sich entsprechend zu entspannen oder um sich an die neue Sicht gewöhnen zu können.